Ihr habt vielleicht ein Clip hier schon gesehen, ein Short Clip zu UFL jetzt mit neuen Gameplay eindrücken. Es gibt einige, die haben dazu ihr Kommentar abgegeben und ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt dieses Gameplay mal analysieren im Vergleich zu anderen Fußballspielen, das machen wir hier. Aber bevor wir das jetzt machen, falls ihr diesen Clip nicht gesehen habt, habe ich hier nochmal für euch den Überblick. Bis zum nächsten Mal. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das ist das schönste Gameplay, das wir jemals gesehen haben, liebe Freunde. Aber auch kein übles. Und wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein hier, zack, kostenloses Abo. Denn in Zukunft wird es hier noch spannendere, weitere News zu UFL geben. Und falls euch interessiert, geht mal auf ihre Twitter-Seite. Denn noch kann man sich für den Open Beta Test anmelden. Closed Beta ist schon zu, wird demnächst anfangen. Und ich habe mir jetzt was ausgedacht, wo wir das Ganze mal so ein bisschen uns anschauen werden. Okay, ich muss zugeben, Leute, Gameplay-technisch bin ich jetzt auch noch nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel. Aber man muss dem Spiel auch eine kleine Chance geben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich nervt wieder ein bisschen was an der FC24, beziehungsweise an der FIFA-Community. Und das ist, sie jammern sehr viel auf EA Sports. Aber wenn dann ein Konkurrent kommt, der versucht mit kaum Budget, kleines Studio, wenig Leute, euch zu begeistern. Denn da wird wieder nur drauf gehakt, obwohl man das Spiel noch nicht mal kennt. Was ich sehr schade finde, ist sehr toxisch und nicht nachvollziehbar, was da manchmal für Kommentare kommen. Ja, es ist klar, wir sind die Hyper-Motion-Tech, die Frostbite-Engine auf Next-Gen gewohnt. Das ist ein hohes, hohes Level, überhaupt damit zu konkurrieren. Aber seid doch mal ein bisschen offener. Was da manchmal für Kommentare geschrieben werden. Und ich sag euch ganz ehrlich, die Leute, die schreiben, sieht aus wie eine Mobile-Phone. Die kann ich nicht mehr ernst nehmen, sag ich euch ganz ehrlich. Also ich will das Spiel nicht voll pushen, also UFL. Das ist nicht meine Absicht dahinter. Aber ich finde, man sollte sachlich dabei bleiben, gut analysieren und auch feststellen. Okay, es hat gute Ecken und Kanten. Es gibt natürlich Momente, die noch nicht perfekt sind. Aber es geht in eine gute Richtung. Wenn ihr überlegt, das ist komplett Free-to-Play. Es gibt erstmal auf den Konsolen so eine Art Ultimate-Team, wenn das Spiel raus ist. Und wenn wir das gut pushen und es funktioniert, dann soll es auch auf PC rauskommen. Dann soll es auch einen Karrieremodus geben. Dann soll es auch Koop geben. Sogar ein 3x3, also 3x3 Koop soll es geben. Also die haben sehr viel vor. Ich sag mal so, Leute. Die Hyper-Motion-Tech ist halt Next-Gen-Shit, muss man ganz ehrlich sagen. Wo man die ganzen Elfa-Spieler einscannen kann. Man kann mittlerweile mit Hyper-Motion V sogar die Spieler aus dem Wheel rauscannen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich will jetzt nicht, dass FC24 zu schlecht reden. Aber ich spüre von Hyper-Motion 2 zu Hyper-Motion V, von FC24 zu FIFA 23 den Unterschied. Einfach null. Gameplay-technisch. Optisch ein bisschen, definitiv. Aber Gameplay-technisch ist es doch genau so. Also mal Real Talk jetzt. Und bei UFL ist es so, dass man da noch den Weg geht, den EA vor der Hyper-Motion-Tech gegangen ist. Nämlich, dass man Fußballer einlädt ins Studio. Die haben Anzug an und müssen jede Szenerie, jede Aktion, jeden Skill, jeden Pass, jede Animation eben Motion Capture machen. Und das muss Frame-for-Frame eben programmiert werden. Das ist Oldschool. Aber für ihre Budget-Möglichkeiten geht das nicht anders. Und wir fangen mal an. Und dann, ihr seht also links über mir UFL, so wie der Stand und meine Information vorliegt, ist das die Unreal Engine 4 Anfang 2023. Und das hier drüben ist der erste Schritt von der Unreal Engine 5. Denn sie werden vorm Release schon wechseln und sind gerade dabei zu wechseln. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe versucht, Material rauszusuchen, das ungefähr ein bisschen passt. Und wir sehen auch hier schon einen großen Unterschied zu dem Ganzen. Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal Play-It klicken. Was mich hier schon mal begeistert, und das wird heute ein Thema in diesem Video, das ist der Rasen auf der Unreal Engine 5 Version von UFL. Der gefällt mir übelst gut. Viele bei Twitter haben geschrieben, das ist doch die Frostbite Engine. Sieht sehr ähnlich. Wo man den Unterschied wirklich merkt, ist nicht nur die Animation in der Optik, sondern bei den Spielern. Da ist halt EA weit voraus. Gar kein Thema. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist ein Video, Leute, vom Anfang des Jahres. Ich glaube, zweites Quartal war das. Wie das Gameplay auf der Unreal Engine aussah und wie es jetzt aussieht. Jetzt optisch, Leute. Und klar, viele haben noch geschrieben, Torwart sieht nicht gut aus und so. Verstehe ich auch, bin ich auch auf eurer Seite. Aber es ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Und das Ding ist, warum das Spiel immer wieder verschoben wird im Release, liegt daran, dass Strikers, die das machen, vorhaben, euch ein Spiel anzubieten, das nicht so wie bei EA erst mal patch, 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 dass es überhaupt mal läuft, sondern es soll auf einem guten Grad laufen und dann über die Monate und Jahre hin geile Gameplay-Upgrades und Inhalt und Content bekommen. Ja, das ist die Idee. Und deswegen will man nicht ein Spiel rausbringen, das, wo ein R1-Dribbling einfach fucking OP ist, sondern die Balance schon stimmt. Und die veröffentlichen dieses Material hier nicht, um irgendwie anzugeben oder Shitstorm zu starten. Und das finde ich halt sehr cool. Sie haben das nur veröffentlicht, weil sie von uns Feedback haben wollen. Und nach dem Feedback arbeiten sie. Und das finde ich halt übelst geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Meiner persönlichen Meinung. M, dass jetzt noch das Gameplay ein bisschen viel zickizacker ist, die Defensive noch ein bisschen Schrott ist bei UFL, bin ich voll in eurer Meinung. Aber schaut euch mal die Rasen-Animation an. Da seht ihr folgendermaßen, das sieht schon... Also ganz ehrlich, ohne Witz, das sieht für mich hier schon... Ich könnte jetzt auch denken, das ist FC24 vom Rasen her. No joke. Also, ich habe mal Aufnahmen gemacht bei FIFA 23 oder 22, wo ich euch den neuen Rasen gezeigt habe, wo ihr ehrlich gesagt habt, wir haben jetzt einen neuen 3D-Rasen. Pipapo. Könnt mir denken, das ist die alte Aufnahme, die ich damals gemacht habe. Man sieht es vielleicht ein bisschen dann am Ende bei den Spielern, dass das nicht FC24 ist. Und man sieht auch hier noch, von der Animation her, vom Gras her, ist es noch ein ganz anderes Level auf der Unreal Engine 4. Das sieht man auch hier. In diesem Beispiel, guck mal, wie der Rasen hier noch aussieht. Tut ein bisschen im Auge weh und alles. Und hier sieht man auch nochmal den großen Unterschied. Schaut mal hier. Das ist schon sehr nah an der Hypermotion, beziehungsweise an der Frostbite Engine. Vielleicht, meiner Meinung nach, das werden wir gleich sehen, sogar ein bisschen besser. Hier natürlich ist es so ein bisschen mehr so Playstation 4 Version von FIFA 23 und auch E-Football, was wir gleich auch noch sehen werden. Wir haben natürlich Szenen, Leute, hier zum Beispiel, wo ich euch natürlich recht geben muss. Die Tornetze, also EA hat vor zwei Jahren angekündigt, dass die Tornetze jetzt so eine 3D-Frostbite-Engine-Technik haben. Das ist übelst geil. Darüber brauchen wir gar nicht streiten. Das macht, ähm, ja, EA sehr geil. Und hier haben wir halt wieder das Problem, das sieht man halt hier, wenn wir so ein bisschen zurückspulen, ähm, dass UFL leider die alte Technik von, äh, EA Sports zum Beispiel nutzt. Und zwar, das ist ein 2D-Netz, wo die Frames übereinander wackeln. Und das sieht man halt hier, wenn man so Step-by-Step mal nach vorne geht, dann siehst du einfach, siehst du das? Das sieht halt auch nicht schön aus. Aber vielleicht kommt hier irgendwann auch noch ein 3D-System. Man sieht es hier richtig, wie das so Frame-for-Frame überlappert, ne? Das ist so ein bisschen noch nicht schön, wie man hier genau erkennen kann. Aber geht vielleicht noch irgendwann in eine bessere Richtung. Vielleicht, werden wir dann nochmal sehen. Kommen wir zu den Game-Faces. Und da muss ich sagen, damals, als dieses Game-Face von Firminio veröffentlicht wurde, hab ich so gedacht, ey, das sieht aus wie FIFA 16. Aber auf einem OK-Level. Manche haben sogar geschrieben, sie finden es schöner als FIFA 22, war es damals, 23. Ähm, da kann man sich auch drüber streiten. Man sieht auch hier, das ist das aktuelle Unreal Engine 5 Game-Face. Man muss ja auch dazu sagen, UFL hat die 5th Pro-Lizenz. Also man könnte in der Theorie 75 lizenzierte Spiele, 75.000 lizenzierte Spiele reinmachen, mit Namen, mit Game-Face, äh, wenn es nicht nur so einen exklusiven Vertrag irgendwie gibt, ne? Ähm, nur eben Trikots, Wappen, da wird halt UFL aussterben, leider. Aber sie haben eigentlich eine geile Lösung, finde ich, mit coolen Trikots und so weiter. Jetzt sieht man das halt auch mal hier, den Unterschied. Und was man hier auch bemerkt, ist, äh, mit einem guten, zugedrückten Auge, dass bei der Unreal Engine 5 auch die Haare teilweise Richtung der Frostbite Engine Next Gen gehen. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, es dauert noch. Man sieht halt leider in dieser Perspektive hier, dass dann doch, äh, leider noch UFL ein bisschen hinten dran ist. Grafisch, Leute, ich rede heute nur grafisch. Gameplay-technisch wird UFL safe erstmal hinten dran liegen. An, äh, EA, da, da kommt eh erstmal keiner dran. So von der Optik her und so vom Feeling her. Obwohl, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das will ich jetzt hier nicht vertiefen, diesem Video. Ich finde die FC24-Gameplay-Variation aktuell ohne die Patches einfach auch nicht gelungen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. Viele feiern ja aktuell das FC24-Gameplay. Was meiner Meinung nach wenig mit richtigem Fußball zu tun hat, ist aber ein anderes Thema. Und hier sieht man, äh, einfach noch, dass die Belichtung und Texturen der Spieler, mh, noch ein bisschen zu matschig sind, ja? Also noch nicht gut passen irgendwie, meiner Meinung nach. Kommen wir zu FIFA 16, hab ich mal runtergeladen. Weil ich hab ja damals, als das Spiel zum ersten Mal veröffentlicht wurde vom UFL, also die ersten Bilder, hab ich gesagt, erinnert mich ein bisschen an FIFA 16, was nicht ganz stimmt. Ihr seht links die PC-Version, die ich damals gezockt habe. Rechts das, ähm, UHD-Material, was ich bekommen habe von, äh, Strikers. Und da seht ihr auch den Unterschied schon mal. Der Rasen, übrigens, hab ich festgestellt, von FIFA 16 sieht heute noch gleich aus auf der PlayStation 4-Version. Da hat sich einfach komplett nichts getan, meiner Meinung nach. Äh, und man sieht aber auch schon von der Belichtung her, von den Farben her, von den Game-Phases her, find ich UFL hier auf jeden Fall schon mal besser. Also muss ich mich revidieren mit der Aussage, dass ich persönlich finde, äh, das sieht aus wie FIFA 16. Es ist so ein, irgendein Zwischending. Also es sieht nicht aktuell aus, aber trotz all dem, es hat schon was. Und wir sehen auch hier FIFA 16-Gameplay, können wir gerne mal abspielen. Da seht ihr, äh, es sieht hier wirklich, wenn jetzt die Animationen noch nicht so abgehackt wären von UFL. Also ganz ehrlich, vom Rasen her könnt ihr denken, ich spiele da FC 24. Ganz ehrlich, also nur vom Rasen jetzt her, ne? Und links seht ihr auch auf jeden Fall, wenn wir nochmal zurückspulen, zack, ähm, von den Farben her. Ja, FIFA 16 war schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. Das war übrigens noch die, äh, wie hieß die nochmal? Die Ignite-Engine. Das war das letzte Spiel mit der Ignite-Engine. Und dann ist man ja auf die Frostbite-Engine gewechselt. Und Ignite-Engine war ja noch EAs eigenes, glaub, war es das? Eigene, äh, eigene Engine. Und dann hat man ja von DICE die Frostbite-Engine aufgekauft. DICE hat hier die Frostbite-Engine entwickelt für Battlefield damals. Und EA hat sich dann entschieden, mit der, ja, ihre Spiele weiterzuentwickeln und groß zu machen. Und pipapo, ne? So, in der, in der Hinsicht. Wir können mal kurz gucken, wenn hier das Tor entsteht bei FIFA 16, wie die Tornetze sind. Das sieht eigentlich schon okay aus. Und wenn wir jetzt hier rüber gucken und der Schuss geht da eben rein, dann, ja, ich find's okay, ne? Leider hab ich, äh, kein, mein Controller war ein bisschen buggy. Weil FIFA 16 war damals auf dem PC noch ein bisschen schwierig mit Controller zu spielen, da alles zu installieren. War leider EA noch nicht so weit. Ähm, und deswegen hab ich nicht die perfekte Kameraperspektive, um den Rasen zu vergleichen. Aber auch hier, würd ich sagen, hat UFL einfach in meinen Augen gewonnen. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht. So. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Und haben hier auch mal die Jubelszenen. Auch hier, klar, hier sind richtige Game-Faces teilweise drin. Aber ihr seht auch hier so ein bisschen Blas, so ein bisschen matschig. Und ja, hier sind auch noch Fake-Game-Faces. Und es sieht auch natürlich wie bei FIFA so ein bisschen nach Knete aus, oder wie ihr es nennen wollt. Ich finde aber, es ist in Ordnung. Ganz ehrlich. Ich kann damit, äh, umgehen. Und, äh, ihr seht auch hier, haben wir wieder den Vergleich mit dem Game-Face. Also, da ist schon die Unreal Engine 5 von UFL auf einem guten, guten, äh, Level, sag ich euch. Äh, ganz ehrlich. Kommen wir jetzt zum spannenderen Punkt. Nämlich, viele sagen UFL, äh, beziehungsweise, ja, UFL sieht aus wie FC Mobile. Weil, also, ganz ehrlich, ähm, Prinzip sieht an FC 24 auch so aus wie Mobile. Mobile, muss man schon zugeben, sieht wirklich schon nicht schlecht aus für ein Mobile-Spiel. Gar kein Thema. Sieht man ja auch hier. Und, ähm, aber wenn wir das mal abspielen, dann finde ich schon, dass bis auf ein paar Animationen hier, es schon übelst besser ist. Ja, die Tor-Animation, also die, die Tor-Netze sehen halt leider auf Mobile hier auch besser aus. Das will ich nicht abstreiten, Leute. Aber, ähm, da würde ich halt auch dem Spiel einfach nur ein bisschen eine Chance geben, wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Der Rasen ist auch, finde ich, bei FIFA Mobile gar nicht mal so übel. Feiere ich fast schon mehr als die PlayStation 4-Version, muss ich zugeben. Und wenn wir mal so ein bisschen dann den Jubel hier angucken, ja, guck mal, das ist halt wirklich Mobile. So sieht Mobile aus, Leute. Nicht so, weil viele das immer wieder schreiben. Also, das sieht aus wie, keine Ahnung. Das erinnert mich so ein bisschen an FIFA 2001 oder 2, wenn ich ehrlich bin, so von, von der Grafik her. Äh, können wir auch hier nochmal ein bisschen angucken. Hier seht ihr das mal, den Unterschied. Es ist nicht schlecht für ein Mobile-Spiel. Gar kein Thema. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber, ähm, ja, das ist schon gut so für ein generiertes Game-Face. Das finde ich jetzt persönlich. Jetzt wird es ein bisschen spannender, denn jetzt kommen wir zu E-Football. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe E-Football jetzt die 2024er-Version ein bisschen gespielt. Ich finde das Gameplay nicht schlecht. Kann man nicht kritisieren, aber optisch, gut, der Rasen ist auch wirklich optisch besser geworden bei E-Football. Aber Game-Face-mäßig fällt das bei mir immer noch komplett durch. Sage ich euch ganz ehrlich, ich finde es immer noch grauenhaft. Also, meine persönliche Meinung, was die Mimiken oder den Mund halt angeht. Leider konnte ich jetzt beim Anstoßmodus in E-Football nicht so eine schöne Sequenz raussuchen. Deswegen habe ich jetzt einfach diese Aufstellung. Und schaut euch mal den Rasen an. Das ist Mobile. Guckt euch mal den Rasen an. Und guckt mal hier den Rasen an. Vielleicht ein bisschen zu grün hier. Aber es hat schon was. Ist auch schön irgendwie. Und guckt euch das mal an. Sag mal, hat da ein Riese drauf gepinkelt mit einer gelben Struller-Farbe oder was? Sag ich euch ganz ehrlich, da finde ich UFL-Rasen auf jeden Fall übelst besser. Die Fans habe ich jetzt noch nicht so beachtet. Und da muss ich sagen, da sehe ich so ein bisschen Gleichstammt. Vielleicht ist da E-Football auch ein bisschen weiter voraus. Gameplay-technisch muss ich sagen, ist E-Football eigentlich auf einem sehr guten Level mittlerweile. Problem bei E-Football ist, es gibt kein Content. Es gibt einfach kein Content, warum man E-Football nicht spielt. Aber Gameplay-technisch, wenn dann endlich mal die Meisterliga rauskommt, das kostenpflichtige DLC. Oh, das könnte man schon empfehlen, finde ich, mittlerweile. Wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen, da habe ich mit Absicht nochmal Tornetze. Da seht ihr hier mal, zack, sieht auch, also ich muss sagen, da hat leider FC, was heißt leider, ist ja auch gut so, FC24 gewonnen. Weil hier, ja, sieht es halt einfach ein bisschen komisch aus. Also, da muss ich sagen, E-Football hat auch von den Animationen hier ganz klar auch gewonnen in zu UFL, weil da einfach noch alles so ein bisschen abgehackt wirkt, alles ein bisschen sehr steif wirkt. Und das ist natürlich bei E-Football auch ein bisschen besser. Wenn wir mal jetzt die Nahaufnahmen machen, Leute, zum Ball und zum Rasen, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie ihr seht, aber da hat ja UFL absolut gewonnen. Das sieht ja wirklich grauenhaft bei E-Football aus, wenn wir das mal so in Betracht ziehen, auch von den Animationen her, finde ich, geht das eigentlich bei UFL und bei E-Football auch nicht schlecht mit der Animation, aber der Rasen, Leute, der Rasen ist unterirdisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt er euch auch mehr, kann ich nicht beurteilen. Dann sehen wir hier Harry Kane zum Beispiel, sein Gameface und ich weiß nicht, ich komme mit den Gamefaces von E-Football einfach nicht klar. Sie wirken irgendwie so kontrastlos, texturenlos, die Munddinger, ich weiß nicht, auch wenn das jetzt auch die Unreal Engine ist, die sind ja auch mittlerweile da drauf. Und wenn ihr mal überlegt, E-Football ist auf der Unreal Engine, die sind glaube ich noch auf der Vierer, wie der Rasen ist, und die E-UFL ist auch auf der Unreal Engine. Jetzt auf der Fünfer vor E-Football, ich glaube E-Football geht nächstes Jahr auf die Unreal Engine, dann ist das schon krass, was E-UFL mit diesem kleinen Team mit keinem Geld erreicht hat. Muss euch schon ganz ehrlich sagen, ist übelst gut, um auch mal hier den Übersicht zu sehen. Guck mal, das ist ein Gameface von E-Football und das ist das Gameface generiert. Natürlich, ich weiß nicht, ob das generiert ist, ehrlich gesagt, habe ich keine so schnell gefunden. Und auch da muss ich sagen, da kann man so einen Unentschieden machen. Es gibt super Gamefaces bei E-Football, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde alles, es ist so matschig, so blass irgendwie, als hätten die alle gerade irgendwie einen Herzinfarkt gehabt und haben ihr Blut verloren. So wirkt das dann manchmal bei E-Football. Da fehlt so ein bisschen Farbe, Kontur. Also habe ich so die Idee und die Haare wirken halt wirklich noch wie ihre alte Fox Engine. Also ich finde auch eh, als sie gesagt haben, sie wechseln auf die Unreal Engine, hatte ich eh die Idee, dass die so ein bisschen Richtung krassere Gamefaces gehen. Die haben eins zu eins die Gamefaces kopiert, hatte ich den Eindruck. Was mich so ein bisschen gestört hat, ehrlich gesagt. Kommen wir zu der Playstation 4 Version von FC4 und 20, liebe Freunde, und vergleichen diesmal. Und hier sehen wir natürlich, dass die natürlich keine schlechte Version des Playstation 4 ist. Aber guckt euch mal den platten Rasen hier an und hier diesen schon kräftigen Rasen. Und nein, ich werde nicht für you von Newfell und Strikers bezahlt, um das gut zu sehen. Es ist meine persönliche Meinung, dass die Unreal Engine 5 schon sehr gut rausgekitzelt wird. Und ich bleibe auf eurer Seite. Animationstechnisch, Gameplay-technisch muss noch Strikers an dem Spiel arbeiten. Ich rede hier so ein bisschen mehr über die Optik, weil ich persönlich mich nervt, die Aussage bei Twitter und überall sieht aus wie ein Mobile-Spiel. Also ganz ehrlich, ich kann diese Leute nicht mehr ernst nehmen. Sie scheinen nicht analytisch richtig analysieren zu können, beziehungsweise sachlich analysieren zu können. Das ist gleich einfach schön draufhauen, anstatt mal ein bisschen draufzuschauen. Man sieht es auch hier in diesem Vergleich, dass die Playstation 4 Version von FC24 viel blasser ist, viel weniger anzubieten hat von den Farben her. Natürlich sieht es animationstechnisch auf der Playstation 4 schon echt gut aus im Vergleich zu Newfell. Gar kein Thema, wenn wir hier das nochmal genauso ein bisschen uns angucken auf beiden Seiten, hat das schon gute... Ja, ich meine, das ist EA Sports, Leute, das ist eh schwer da ranzukommen. Und hier sehen wir, ich finde den Rasen ein bisschen besser als E-Football, aber jetzt auch noch nicht überragend gut. Und auch hier, finde ich, einfach ist UFL wieder weiter vorne, was den Rasen angeht. Äh, Tornetze können wir uns auch angucken, auch da wird EA natürlich gewinnen. Gar kein Thema, sieht hier auch ganz gut aus, ist aber auch die 2D-Version. Ne, die haben ja die... Ich glaube, die 3D gibt es nicht auf der Playstation 2, oder? Das weiß ich gerade nicht mehr, muss ich zugeben. Und da sieht das eigentlich ganz gut aus. Und wenn wir rüber gucken und der Ball kommt rein, ja, sieht halt nicht ganz so ideal aus, ne? Muss man schon, muss man schon zugeben. Und hier haben wir dann auch mal dieses, äh, die Bilder von Gruppenjubel. Und auch da seht ihr einfach, ähm, dass auch die FC24-Playstation-4-Version echt auf einem guten Level ist. Aber sie ist so ein bisschen auf E-Football-Level, finde ich. Sehr matschig, Kontrast, ähm, Arm, Farbarm, sag ich mal. Und, äh, ja, die wirken alle so blass und ich finde, hier ist einfach ein bisschen mehr Farbe. Geht's nicht besser, aber mehr Farbe. Kommt also ein bisschen mehr an die Realität dran. Hier sehen wir auch noch mal Game-Face-Unterschiede, äh, auf der Playstation 4, wie gesagt, sieht sehr blass aus. Die Haare sind da unstrukturiert, die sind fest. Und hier haben wir auch schon so ein bisschen, ähm, Bewegung mit drin, aber noch zu wenig. Und jetzt kommen wir natürlich zum größten Vergleich. FC24, Playstation 5 zu UFL, aktuelles Update. Ähm, und da schauen wir einfach mal. Gut, hier kann ich leider den Rasen nicht vergleichen. Ist ein bisschen schwierig hier einzuordnen. Der Rodde sehen wir hier, Emre Can, äh, Müller, Kobel. Also, es sieht schon ganz gut aus, was EA natürlich anbietet, das ist klar. Also, Hypermotion V und die Next-Gen-Version ist optisch einfach wunderbar schön. Da brauchen wir nicht abstreiten. Es sieht auch optisch von den Animationen übelst gut aus. Da kommt UFL nicht ran, aber wir können ja mal abwarten. Aber wir sehen mal hier wieder diesen Schuss, diesen Versuch. Es wirkt ein bisschen abgehakt. Jetzt sehen wir das hier mal bei, äh, FC24. Wie, es sieht natürlich ein bisschen softiger, ein bisschen lockerer aus, weil eben die Hypermotion diesen Flow reinbringt. Und, äh, bei UFL hast du halt leider diese Animationen von einem normalen Motion Capture, das du Frame für Frame das bearbeiten musst. Und hier hast du halt die Animationen von einer Hypermotion. Die Ballphysik ist halt hier ein bisschen krasser. Und natürlich macht das dann schon ein bisschen mehr Realismus. Ja? Ähm, UFL hat ja auch ein bisschen, sie haben es nie wirklich mündlich erwähnt, aber hat sich ein bisschen natürlich an FIFA orientiert, dass der Spieler auch ein bisschen schnell sich reinfriemelt. Also sie haben von der Pace, vom Ping-Pong, weil das schon geschrieben wurde, Ping-Pong-Pässen und so weiter, sich natürlich so ein bisschen daran angepasst. Und auch von den Knöpfen, wie man drücken muss, haben sich natürlich an FIFA orientiert, weil das Ziel ist so ein bisschen, dass ihr euch kaum umorientieren müsst, in der Hinsicht. Und wir schauen uns mal die, die, die Rasen-Animationen an. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein Unentschieden. Also ich finde hier FC24 halt schon übelst geil. Hier übrigens, das sieht man leider jetzt in Animation nicht, auch hier drückt der Rasen rein, geht raus. Ich habe jetzt leider noch nicht so viele Aufnahmen bekommen, zu sagen, kommen da auch viele, ähm, ja, so Grätschen und so Löcher rein. Das wissen wir nicht. Ich finde, farblich kann man sich auch drüber streiten, was man realistischer findet. Hier ist mir zu gelbgrün, hier ist mir zu dunkelgrün. Also alles noch nicht so ganz perfekt. Aber ich finde im Nachhinein, warte mal, wir gehen mal kurz ein Stückchen zurück, äh, finde ich das eigentlich hier zum Beispiel, kann man das schon eigentlich recht spannend einordnen. Und ich, ich bin, äh, ich bin gespaltet. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wen ihr, wen ihr gewinnen lassen würdet, was den Rasen angeht, FC24 oder nicht. Was ich bei UFL ganz cool finde, ist, dass sie auch schon jetzt diese ganzen Muskelstrukturen drin haben, aber die Haut natürlich viel mehr nach Plastik aussieht. Das müssen wir leider auch mal nochmal beurteilen. Können wir nicht abstreiten. Und, äh, wenn wir uns nochmal hier so einen Jubel ansehen, ähm, ja, das sieht natürlich bei, äh, FC24 übelst gut aus. Ähm, aber auch hier, finde ich, ist UFL auf einem guten Weg. Und wenn man dem Spiel so eine kleine Chance gibt, ich glaube, dann kann schon viel gehen. Und ihr seht hier auch natürlich die generierten Faces. Warte mal, ich muss mal einen guten Punkt finden. Ich finde, auch da ist UFL eigentlich gut dabei. Also, jetzt mal ehrlich, guckt euch den Unterschied mal an. Das ist, äh, es ist völlig, ich finde es okay. Ich finde halt Haare übelst geil bei FC24. Sieht einfach krankmäßig gut aus. Da ist halt UFL weiter hinten dran. Aber wir wissen nicht, was in den nächsten, was haben wir denn jetzt, Oktober, was in den nächsten 1-2 Monaten noch passieren wird. Irgendwann hier im Dezember soll ja das Spiel kommen. Vielleicht verschieben sie es auch nochmal. Und wir wissen auch nicht, wenn das Spiel rauskommt, was für Updates kommen, was für Entwicklungen passieren noch, ähm, bei UFL. Da bin ich auch mal sehr gespannt, in welche Richtung das noch geht. Wir sehen halt auch hier, wie das Ganze hier noch ein bisschen aussieht. Ich persönlich verstehe euch natürlich, wie ihr das Ganze, äh, seht. Ihr seid kritisch, also ihr seid kritisch so rum bei der ganzen Thematik. Ihr seid ein bisschen skeptisch bei der Thematik Gameplay. Ja, Torwart-Animation, hm, 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 wie sie laufen, hm, Pass-Ping-Pong, hm, hm, Schüsse, hm, Animation, hm. Ich verstehe euch da gut bei UFL. Ich wünsche mir einfach nur, dass ihr ein bisschen offener seid. FC24 ist klar vom Ranking Platz 1. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber dass ihr einfach sagt, hey, das ist ein Free-to-Play, das ist ein kleines Studio, das es entwickelt, das die Chance uns geben will, auch mal nicht immer hops genommen zu werden. Das heißt ja, Fair-to-Play ist das Motto und kein Pay-to-Win. Wo ich drauf Bock habe, in diesem Ultimate-Team-Modus, freue ich mich schon sehr drauf, was die da machen werden. Weil jeder, jeder muss RTG starten und es geht wirklich um Leistung und um intensives Zocken bei UFL und darauf freue ich mich schon und nicht. Du musst jeden Tag rasieren bei FC24 Ultimate Team, weil wenn du nicht rasierst, sind die alle Pay-to-Win-Bitches, wenn es mal so sagen darf, schon richtig am Rasieren und du kommst nicht mehr hinterher. Und ja, da bin ich also sehr gespannt. Ihr dürft gerne mal unter die Kommentare eure Meinung reinschreiben. Was ist euer Ranking? Schreibt mal rein, ist Platz 1 FC24, UFL, E-Football, FIFA 16, Mobile-Version? Ich schreibe das mal unten rein, dann könnt ihr das einfach copy-pasten, das Ranking und schreibt einfach mal rein, was ist euer Ranking? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, ist noch FC24 auf 1, dann kommt von mir persönlich schon UFL, zumindest was die Optik angeht. Dann wird es schon ein bisschen kritisch, ob ich E-Football oder sogar die Mobile-Version nehme, aber ich würde jetzt erstmal E-Football nehmen, Mobile-Version und dann FIFA 16 und ganz unten die alte Version von UFL. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns bei weiteren Videos. Macht's gut, bis dann, ciao! Bis dann, ciao!